Herzlich Willkommen im Autohaus Schlensok und der SuvTech GmbH, Ihrer Kfz-Werkstatt. Wir sind Ihre Experten in Sachen Navigation und Fahrzeugtechnik und übernehmen sämtliche Arbeiten an Ihrem Fahrzeug. In unserer Werkstatt werden Sie von unserer Empfangsdame begrüßt. Wir haben uns auf die fachgerechte Um- und Nachrüstung von Infotainmentsystemen spezialisiert. Rund um Ihr Fahrzeug ist das SuvTech Team für Sie da. Unser Team berät Sie umfassend und geht beim Kauf von Neuwagen sowie bei Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen auf Ihre Wünsche ein. Geht nicht, werden Sie bei uns nicht hören. Übrigens, wir verbauen ausschließlich Originalteile. Sie wollen unseren Service in Anspruch nehmen? Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Kfz-Werkstatt in Halle-Westfalen persönlich vor Ort. Wir freuen uns auf Sie!